Ja, negativ haben wir erstmal, muss ich dazu sagen, gar nicht so viel zu sagen, weil wir den Film ja sehr gut fanden. Einzig könnte man sagen, dass der Humor nicht für jeden was ist, natürlich auch nicht jeder, weil das gleiche ist, ja klar. Deswegen, wir können euch den Film empfehlen, aber ob er euch gefällt, kann man vorher nicht so sagen. Dann kann man noch dazu sagen, dass...